Ich schaue, dass alle Dinge, die wir kochen, sehr fein sind. Das ist eigentlich Sa und So. Es soll so mässig fein zu essen sein, den Leuten Freude machen und von jedem Gericht sollte man noch zwei, dritten, vierten Löffel essen. Das ist eigentlich das Ziel, fein zu kochen und nicht zu kompliziert.